Die Magie des Films stand im Mittelpunkt des Konzerts der Philharmonie Merck in der Weststadthalle. Und so mancher Soundtrack lud das Publikum zum Träumen ein. Rote Versturm fegt über den Jurassic Park. Wir Kino-Zuschauer wissen schon, die Dinosaurier sind ausgebrochen. Aber die Leute im Film wissen es noch nicht. Was mir daran gefällt, ich habe es als Geburtstagsgeschenk ausgewählt für meinen Mann. Und er mag sehr gerne Hollywood-Filme und wir lieben Konzerte. Und ich finde, es ist mal eine schöne Art, das Konzert anders zu machen als Mozart, Händel oder Beethoven, sondern mal was Schönes, Modernes. Und das finde ich sehr schön. Live solche... Und man erinnert sich an die Kinderzeiten, wie Captain Spock oder Jurassic Park, wie das alles war und kann den Film im Geiste nachvollziehen. Sehr schön. Ich finde es toll, wenn man die Filme kennt, das dann nochmal daran erinnert zu werden. Aber man sieht auch, wenn man wieder einen neuen Film sieht, dass man auch die Musik, die dann kommt, dann auch besonders wach wieder sieht. Ich finde es einfach toll, einfach zu schmelden und die Musik zu hören. Das ist einfach toll. Auch in Gemeinschaft ist einfach irrt. Ich finde es 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 einfach irrt.